Ich möchte hier schnell nur eine kurze Bekanntgabe machen, woran ich momentan arbeite. Wie ihr wisst, konzentriere ich mich mit meinen Reviews auf die Werke nach Episode 6. Wir sind jetzt schon über die Hand von Thrawn hinaus. Und erreichen bald The New Jedi Order, das Erbe der Jedi-Ritter, die große Reihe. Davor ist noch Young Jedi Knights, das muss ich noch fertiglesen, das könnte ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin mir da nicht sicher, wie das zeitlich bei mir läuft. Vielleicht review ich auch mal andere Sachen. Prequel-Era-Zeug vielleicht, bevor ich zu New Jedi Order weitergehe, weil die Bücher muss ich auch erstmal wieder lesen und ich will da nicht irgendwie hinterherhängen. Woran ich jetzt schon seit fast einem Jahr arbeite, ist die sogenannte ultimative Chronik. Die Geschichte der Star Wars Galaxis des Universums nach Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. In chronologischer Form, wie ein Geschichtsbuch sozusagen. Und stand jetzt schätze ich, dass es ungefähr 15 Stunden lang sein wird. Ich habe momentan erst so 12 Stunden aufgenommen, also wir werden sehen. Mein Plan ist es, sobald es aufgenommen ist, werde ich es hochladen ohne Bildmaterial. Also es wird quasi hörbuchmäßig nur Audio. Keine Bilder. Und eben 15 Stunden. Vielleicht so in etwa. Vielleicht auch mehr. Danach wollte ich es in einzelne Teile geschnitten nochmal hochladen mit Bildmaterial. Die einzelnen Teile wären zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden lang. Das ist im Grunde schon alles, was ich euch mitteilen wollte. Einfach eine kurze Info, woran ich gerade arbeite und worauf ihr euch freuen dürft. Denn wenn ich schon mal ein Loa-Video mache, dann will ich es auch richtig machen. Und richtig heißt bei mir lang und ausführlich.